Sooo... Sechs... Du Scheiße... Äh... Demons hab ich? Weiß ich grad gar nicht... Drei. Ah, das passt doch gut. Äh... Boni auffüllen... Nicht möglich, weil ich das nicht freigeschaltet habe. So, fein. Und alle drei WD-Pumpen mit. Dann setzen wir uns einmal kurz hin. Chili, Vanilli. Hm... Gibt's auch ein hochwertiges Pony? Mehr Material? Oh, ne... Extremes... Oh, dann müssen wir uns... Wie komme ich da hin? Beziehungsweise, die Frage ist ja eigentlich, wie komme ich dann wieder zurück? Irgendwo dran hochklettern? Da, oder? Das könnte auch nur so aussehen. Hm... I would say, no risk, no fun, ne? Oh, das hat mich ge-instas-skipt? Okay. Ah, da muss ich doch bestimmt... Wo ist denn nun da? Ach, shit. Und hier muss ich dann auch wieder zurück, und dann komme ich da raus. Schneller, Eve. Da. Die machen wir gleich. Wir nehmen erst mal den Roboty mit. Punk. Ehhhhh... Vereint euch, äh, das wird mal was hier... Nee, 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 okay. Punk. Dagegengetreten. Oh ne, ey. Zwei WB-Pumpen. Moni, Moni, okay. Okay. Schade. Kommt mir hier oben nicht hinterher. Ich setze mich hier jetzt nochmal. Geht das? Eigentlich nicht, weil ich gerade noch im Kampf bin. Offiziell. Jetzt bin ich nicht mehr im Kampf. Noch mal den Robotnik da unten bekommen. Sehr schön. Ach, nö. Das hier war anscheinend sogar der richtige Weg. Na gut. Hast du noch was? Stimmt, oder? Ah, da nicht noch was. Dann gibt es drei Vitcoins. Ähm, dann gehen wir jetzt erstmal den schmalen Weg, bevor wir das Ding da machen. Ah, da ist ein... Hier drauf, das ist ja eklig. Da ist schon ein Ding jetzt dran. Das ist halt auch so ein Fies-und-Fest-Magazin bei deinem Todes, ne? Das ist ja krass. Aber ich kann ja gleich nachkaufen. Droh. Ne, das habe ich aus Versehen verschossen. Achso. Ich denke, da vorne kommt es nicht weiter, ne? Bis ich da rüber springe. Ah, okay. Alles klar. Ich verstehe. Dann müssen wir doch erst den machen. Dann können wir rüber hier und dann zu dem nächsten. Okay, hab's verstanden. Weg gefunden. Weg gefunden. Weg gefunden. Weg gefunden. Weg zusammen. Weg definitely das finde. Weg groceries. Ich bin der Torwart. Ja, ich bin der Torwart. Ja, ich bin der Torwart. 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 Wir sind geduldig. Ich bin der Torwart. Ich bin der Torwart. Eine einfache Kiste. Aha. Oh, okay. Alles klar. Das ist interessant. Ich bin der Torwart. Und raus mit dir. Das ist tatsächlich Lachse. Okay. 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 Ich bin mal gespannt, was wir hier noch so schönes angeln können, theoretisch. Ihre Fußhaltung sieht absolut nicht so gut aus. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Das Charakter wird ja gerade mal angeguckt. Ich bin der Torwart. Ich bin der Torwart. Ich bin der Torwart. Okay. Das hat sich halt echt gelohnt, dieses Ding zu machen. Jetzt, ne? Okay. Ich bin der Torwart. Na gut. Ich bin der Torwart. Okay. Na gut. Warum sind hier immer diese blöden Tentakelviecher? Die gehen mir auf den Keks. Ich mag die nicht. Oh, tschüss. Was hier noch? Zwei Gegner drin, drei Gegner drin und eine Kiste. Zeit sich zu bewegen. Nö, lass mal. Hehehe, hehehe. Na klar. Ah ja. Selfkiller-Viecher. Das ist goddamn interesting. Mit dem Glück habe ich das eine für hier vorne und anscheinend gleich mit Dingens gekillt. Mit dem... Sonst ist hier nichts nur. Sehr schön. So, dann... Hier rufen wir. I guess. Richtig, ja, ne? Ich motiviert mich. Ich bin entsério. Oh Gott. Oh Gott. Das ist egal. Jetzt bin ich. Entschuldigung. Ich bin jetzt. Oh Gott. Ich bin jetzt. Von hier aus nicht auf, ne? Muss ich rum. Kiste? Nee, okay. Ich schnüre die Kabel-Diener als Abschwörung, damit man da nicht drüber springen kann von da aus. I see, I see. Na dann, Lager an. Ich muss mich eigentlich nicht hinsetzen, ich hab seit dem letzten Mal nicht wirklich viel gekämpft. Ist eine Kiste auf der Etage. Okay. Jetzt sind die Gegner. Hey? Legionär 292, Hyperion. Wir hatten uns am Stadtrand versteckt und warteten auf die richtige Gelegenheit. Die Trümmer der Kolonie fielen vom Himmel und ein Bericht kam rein, dass ein Riss im Damm zu sehen war. Ähm, die Stadt war innerhalb weniger zu kommen überflutet. Mhm. Die Kiste ist doch nie im Leben komplett unbewacht, oder? Doch, anscheinend schon. Munitionskiste. Warum Munitionskiste? Wir kommen mit A rein. Jetzt hoch. Warte mal, war da nicht irgendwas mit... Irgendmal komme ich da durch. Von oben rein? Nein. Irgendwie muss ich da ja reinkommen. Die Frage ist nur, wie. Äh, oben drüber definitiv nicht. Da ist auch keine Explosionsdinge... Ah, von außen? Von außen komme ich da hin. Sehr interessant. Und wo komme ich nach draußen? Ich gucke mal an der nächsten Ebene gleich. Vorher... Achso, zu dem anderen komme ich auch nicht. Von hier aus hinten. Na gut. Weil da hinten war ja noch eine Kiste, aber die ist auch hinter einem verschlossenen Bereich. I don't know. Das ist kein Suizidalfiel. Ein normales Vieh. Ich kann nicht ransneaken. Da ist noch einer. Da ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste. Das Triebnis-Polymer-Material. Sehr schön. Hochentwickeltes. Auch schön. Oh Gott, das Vieh habe ich ja gar nicht gesehen. Was war mit seinem Beinchen los? Achso. Zu spät? Okay. Okay. Das war nur ein normaler Block. Zu früh. Zahn-Perfect-Carry. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt. Oh Gott. Okay. Ich bin jetzt. Also. Das war nur ein normaler Block. noch mehr menschen töten kommen von der fremme menschen da ist die aussage gar nicht so weit ich mag meinen hiel den ich kriege wenn ich mit ihr was tötete schweißer Oh, da ist ein Explosionsvieh, I guess. Ach ne, ist auch nur ein normales Sockel. Guck mal, wir sind schneller. In der ganzen Tagzeit. Oh Gott, ich habe das gerade für einen Gegner gehalten. Ach, hier ist die andere. Ja, okay. Wir müssen auch irgendwie noch einmal komplett rumkommen, ne? Also, mal gucken. Oh, wo kommt ihr denn hier? Ah, stimmt, dieser Area of Effect Damage, den ich hier habe. Ich vergaß. Ich habe hier AE-Damage. So, hallo? Ach. Hä? Ach so. Geht man da nach oben oder halt hier rüber? Was hast du denn Schönes für uns? Äh, sie sind alle tot. Ich bin der Einzige, der überlebt hat, der noch an seinem Leben festklammert. Ich kann mich nicht wehren oder wegrennen. Mein Schmerz endet heute. Was ist so komisch hier? Das ist nicht eines von den Ekelviechern, die mir auf den Keks geben würden. Aua. Ich habe die Frenz-Attacke gesehen. Na gut. So. Ach, hier vorne. Das macht irgendwie noch was Böses gewesen. Das macht irgendwie noch was Böses gewesen. das sind diese roten viecher und euch hasse ich auch dämoni kiste geht nicht auf ich habe schon gesehen dass bei dem weg nach oben noch ein schild dude ist